Der 23-Jährige war im vergangenen Sommer für ein Jahr vom belgischen Fußball-Erstligisten-Standard-Lüttich ausgeliehen worden. Rahman hat in der 2. Liga bislang 21 Spiele für Fortuna absolviert und dabei 9 Treffer sowie 2 Vorlagen verbucht. Ihm ist es gelungen, sich schnell ins Team zu integrieren und unsere Offensive mit seiner Schnelligkeit, seinem unbändigen Willen und letztendlich auch mit 11 Scorer-Punkten zu bereichern, sagte Trainer Friedhelm Funkel.